Heute geht es um Sprachassistenten und Smart Voice und das sind unsere Themen. Wie verändern Sprachassistenten unsere Gesellschaft? Ist Smart Voice die Zukunft? Und wie immer, was denken wir eigentlich darüber? Hallo und willkommen zur 27. Folge der Online-Geister. Es ist heiß. Wobei zur Erstrahlung der Sendung vielleicht auch nicht mehr. Hoffen wir mal, ich finde 30 Grad auf jeden Fall immer noch zu warm. Ja, zumal bei uns die Klimaanlage ausgefallen ist im Studio. Das ist blöd. Das ist ausgefallen, nicht nur nicht an wegen Live-Sendung, sondern... Deswegen ist doch draußen im Flur so ein kleiner Ventilator. Das ist die Ersatzklimaanlage. Ja, immerhin. Okay, aber steigen wir doch direkt mal ein. Wir haben dicke Hausmeistereien für euch vorbereitet. Kurz, Auswertung der letzten Folge. Ich würde sagen, halt mal ganz, ganz kurz. Folge Nummer 26. Es ging um die Grenzen von WhatsApp. Und ich bin der Meinung, wir hätten es konkreter machen können. Es war wieder sehr viel Vorstellen von Sachen, die von mir schon bekannt sind. Wobei man mal gucken muss, wenn jemand nur davon gehört hat und es immer noch nicht nutzt, waren auch Sachen dabei, die man vielleicht nicht ganz so kennt. Aber ja, so Nischeninfos hat meine anonyme Zuhörerin. Hätten ruhig mehr reingekonnt. Habe ich am Ende auch gedacht. Ja, also generell mehr Nischeninfos. Das wurde mir da jetzt anonym mitgeteilt. Also diese, oh, wieder Facebook und Co. Kein Bock. Könnt ihr mal ein bisschen was anderes machen? Und dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Aber zunächst erst mal kurz wieder ein Update zum Datenskandal. Diesmal aber nicht auf Facebook bezogen. Wir machen es auch mal ohne Musik. Die habe ich auch gar nicht rausgesucht. Die müsste ich jetzt erst noch gucken. Forscher erhalten Zugriff auf Dropbox-Daten. Genauer gesagt, unverschlüsselt Zugriff. Sehr schön. Drei Forscher haben eine Studie über Effektivität der Zusammenarbeit von Teams auf Dropbox erstellt. Was an sich erstmal ein Schlimmes ist. Also einfach Recherche gemacht. Und diese Forscher haben halt in der Harvard Business Review, das verlinken wir euch dann auch alles, auch das entsprechende Zitat, aber halt folgendes gesagt, Dropbox gave us access to project-folder-related data. Which we aggregated and anonymized. Also das haben die Forscher selbst anonymisiert. Von Dropbox kam das mit allen Daten. Genau. Zwischen Mai 2015, Mai 2017. Aus summa summarum etwa 1.000 Universitäten. Und das waren halt unter anderem Informationen zu Total Numbers of Folders, Folder Structure, Shared Folder Access und so weiter. Also einfach, wie verwenden die jeweiligen Leute ihre Dropboxen? Super. Wir müssen da mal ein Wort oder sowas uns ausdenken. Also, ich meine, wir haben doch jetzt die letzten gefühlt fünf Folgen nichts anderes gemacht, als immer mal durch Datenschutz scheißen zu lassen. Das goldene Datenleck. Ja, das wäre vielleicht eine Variante. Also einfach auf solche Idiotie im Zusammenhang mit Datenschutz. Und da würden wir auch gleich mal weitermachen. Bei Daten 23andMe ist das, die immer auf YouTube Werbung machen. Mit denen, also die sammeln DNA im Prinzip, kannst du einen DNA-Test machen und dann sagen die, von wem du abstammst. Genau, also es gibt so eine Speichelprobe, da schickst du dir ein paar Posten ein und dann sagen sie dir, du bist zwei Prozent Japaner. Ich bin 50 Prozent Italiener, das wusste ich ja gar nicht. Oh, guck mal, wir sind die gleichen. Oh, wunderbar. Oh, ich bin genauso, wie ich dachte, wie ich bin. Genau, also dieses Unternehmen 23andMe, da kannst du halt eben solche Abstammungstests für so um die 100 US-Dollar dir kaufen, ist eine Partnerschaft mit einem Pharmaunternehmen eingegangen und verkauft jetzt die DNA von fünf Millionen Kunden. Die haben zwar im Vorfeld noch ein Opt-out-Recht, also sie dürfen auch sagen, nein, ich möchte nicht, dass du meine DNA-Informationen verkaufst, aber die, die es nicht wissen oder die es nicht interessiert, da haben jetzt auch Pharmaunternehmen, wenn ich da mal was gemacht habe, meine DNA vorliegen. Okay, also es stand aber auch wahrscheinlich vorher so eine Datenschutzerklärung drin, wenn ihr uns die DNA schickt, dann dürfen wir die weiterverwenden. Hier ein Häkchen setzen. Oder man hat es zumindest nicht ausgeschlossen. Das ist jetzt die Frage. Ja, hat keiner ausgeschlossen, hat natürlich keiner durchgelesen. Also wer liest denn schon die AGBs- und Daptus-Erklärung durch und seine DNA irgendwo hinschickt? Ja, ich meine, alle die Idee, da kann ja nichts schiefes dabei passieren, wenn ich Leuten meine Desoxyribonuclein Acid auf Englisch DNA. Neue Kategorie Instagramer machen dumme Sachen. Instagrammerinnen, Instagrammierende. Instagrammerin. In dem Fall war es wieder Instagrammerin, postet ein Selfie mit ihrem toten Vater. Ja. Was ist da passiert? Also die serbische Instagrammerin oder der Instastar, wie auch immer, Jelitka Ljubicic, hat am kranken Bett ihres Vaters, der gerade verstorben ist, ein Duckface-Selfie mit Sommerhut gepostet. Allerdings im Hintergrund die immerhin verpixelte, aber die Leiche ihres Vaters im Bild. Na gut, dass die nicht für Disney arbeitet, die wäre sofort ausgeschmissen worden. Anderses Thema. Ja, aber für mich nimmt es langsam Auswüchse an, ich weiß auch nicht, wir können so a la Katzen-Videos machen. Instagrammerin macht X. Ja. Ich glaube, vielleicht bleiben wir es auch dabei. Katze schmeißt die Essen runter, Instagrammerin wird vom Hai gebissen, Instagrammerin fotografiert den toten Vater. Ja, aber wie gesagt, wir hatten ja in der letzten Folge diese Instagrammerin, die vom Hai gebissen wurde und da habe ich mir gesagt, okay Leute, ich weiß noch nicht so ganz, ob sollen wir es berichten oder nicht, aber ich so, ey Leute, wir müssen reden, das geht so nicht. Also das ist alles für die Aufmerksamkeit. Ich habe nichts dagegen, dass sich Leute mitteilen. Steht in der AGB von Instagram, dass man keine toten Menschen fotografieren darf? Sollte das nicht Grundzüge deiner eigenen Pietät und deines Anstandes sein, das nichts zu tun? Aber Leute, die sich für Aufmerksamkeit mit seltsamen Gesichtsausdrücken, knappen Klamotten für die Klicks und Kommentare auf Instagram fotografieren, wie viel Pietät kann man da erwarten? Ja, ich meine, vielleicht kriege ich da eine Info, meine Doktor Motor forscht ja zu dem Thema, der habe ich das zukommen lassen, schauen wir mal, ob sie es irgendwie verwurschtelt. Also aber mal zu ein paar nischigeren Sachen, die gefordert wurden. Der Kieler Landtag, also Landtag Schleswig-Holstein, hat in großer Mehrheit im Juni beschlossen, über die nächsten Jahre auf Open Source umzusteigen. Also alle offiziellen Programme, die sie nutzen, werden dann Linux und andere Open Source Sachen. Genau, also verschiedene Linux-Distros und Open Source Software. Gegenbeispiel dazu übrigens, die Stadt München hatte das über mehrere Jahre gemacht und ist vor einigen Jahren von Linux wieder zu Windows umgestiegen, weil die Mitarbeiter damit nicht klarkamen. Da muss man halt entsprechend eine Fortbildung machen und das anbieten. Das ist natürlich nicht so einsteigerfreundlich wie Windows. Genau, also prinzipiell eine sehr, sehr schöne Sache, das auf jeden Fall. Aber ich würde den Schleswig-Holsteinern auf jeden Fall empfehlen, macht Schulungen. Linux ist nicht so einfach zu kapieren wie Windows im Vergleich. Also wenn du Windows gewohnt bist, dann gibt es schon ein paar kleinere Unterschiede. Ich finde es aber grundsätzlich immer schön, wenn von Steuergeldern keine Großkonzerne quasi mitfinanziert werden. Ich meine, die werden das ja nicht geschenkt bekommen von Windows. Nee, das definitiv nicht. Von Linux schon. Ja, Linux ist ja generell Open Source, kostenlos. Deswegen, wir wollten ja auch seit Ewigkeiten da mal eine Folge zu machen. Zweitjahrshälfte planen wir ja WordPress, was auch Open Source ist, aber weit am Text. Keine weiteren Endo. Ach so, ein eigener Haar. Ja, bei Netzkultur Alexa, Top 50 der Webseiten in Deutschland, hat sich jetzt nichts groß getan. Genau, das würden wir jetzt auch mal zusammenstreichen. Eine eigene Sache, nur kurz ein Hinweis. Wir machen demnächst ein kleines Makeover, also quasi Pimp Your Online-Geist. Einfach nur ein paar Design-Updates. Keine krassen Sachen, aber Website-Design. Wahrscheinlich nicht so cool, wie bei den Rocket Beans jetzt letzte Woche. Die haben ihre ganze Website komplett überarbeitet. Das sieht verdammt gut aus. Wer noch nicht drauf geguckt hat, rocketbeans.tv kann man sich das mal angucken. Ich bin beeindruckt von der Wandlung, die die Website durchgemacht hat. Hat auch ewig gedauert, haben sie gesagt. Der Webdesigner hat Überstunden geschoben, ein Jahr lang. Du kannst nicht manchmal so Themen vorbeißen, wir wollen eigentlich weitermachen. Ja, Makeover. Ansonsten, kurzer Tipp von mir. Die wohl kürzeste Anleitung für einen sicheren Browser verlinken wir euch bei uns in den Shownotes. Das wäre dann onlinegeister.com slash Folge 027. Also wie Firefox benutzen, dann hier irgendwie Anonym-Serve-Add-On drauf und dann noch irgendeinen Ad-Blocker und dann kommt eigentlich nichts mehr raus, oder? Ja, aber ich habe hier halt beim Surfen eine schöne Anleitung gefunden, die das nochmal sehr gut zusammenfasst und halt auch mit guten Tools. Wie gesagt, für die, die es interessieren, eine sehr kurze, knappe, übersichtliche Anleitung. Packen wir euch in die Shownotes nochmal rein. Einfach kurz schauen in den Hausmeister rein. Und du wolltest noch was zu Kettenbriefen sagen? Eine Kleinigkeit als Nachtrag zu WhatsApp im Prinzip, was du anscheinend nicht mitbekommen. Ein WhatsApp-Account, der sich Momo nennt, schreibt gruselige Kettenbriefe, die auch bei Kindern ankommen. Dass irgendwie, ich bin ein Mädchen, das vor drei Jahren gestorben ist, schicke diesen Brief an zehn Leute weiter. Sonst stehe ich heute Nacht bei dir im Zimmer. Irgendwie Susi hat diesen Brief ignoriert und ihr wurden die Beine abgeschnitten. Und dazu so ein gruseliges Bild von irgendeiner japanischen Skulptur, das ich schon leicht verstörend fand. Wenn das ein zwölfjähriges Kind auf dem Smartphone sieht, dann kriegt das definitiv Albträume mit der Nachricht dazu. Die Polizei ermittelt teilweise Hinweis an die Eltern, guckt nach, was eure Kinder auf eurem Smartphone lesen und nehmt auf keinen Fall Kontakt zu diesem Account auf, der diese Sachen verschickt. Ich dachte, die wären ausgestorben, Kettenbriefe nach Schüler-VZ und dem ganzen Gedöns. Aber WhatsApp hat jetzt, also Leute beleben jetzt WhatsApp wieder, um das zu nutzen. Und anscheinend gruseliger als jemals zuvor. Ja, dann noch eine traurige Mitteilung. Aretha Franklin ist ja am 16. August gestorben, letzte Woche. Und ich finde, ihr bekanntestes Lied ist auf jeden Fall eine Botschaft, die man in die Welt hinaus tragen sollte, gerade in der heutigen Zeit etwas mehr Respekt zu haben vor dem Mitmensch. Respekt, nur ein kleines bisschen von Aretha Franklin, leider gestorben, letzte Woche eine kräftige Stimme haben. Wir verloren um Stimmen, geht es auch in der heutigen Sendung. Und zwar hauptsächlich um Sprachassistenten des Smart Voices, die uns zuhören, antworten und dann Sachen für uns, also Computer werden dadurch gesteuert, dass sie Sachen für uns machen, so ganz grob runtergebrochen. Also jeder alte Star Trek Fan, wird sich erinnern können an den Bordcomputer auf der Enterprise, mit dem man ja reden konnte. Klassisches Beispiel, oder ein Star Wars C3PO, den man ja ansprechen konnte, der ja sogar Protokolldroide gewesen ist. Also diese Funktionen, die bislang eigentlich aus der Science Fiction bekannt gewesen sind, wären ja jetzt auch zunehmend Teil unseres Alltags. Gibt es schon eine ganze Reihe, Siri kam noch zuerst, wann war Siri das erste Mal da? War das im Neuen? Ist ja auch schon fast zehn Jahre alt. Also ich habe Siri ja auch mit dabei, ich muss nur mal kurz schauen, welches Jahr. Inzwischen dürfte Alexa von Amazon bekannter sein, aber ich erinnere mich als ersten Sprachassistenten noch an Siri. Also Siri, sag mir, wo ist hier die nächste Pizzeria oder sowas. Also Siri ist dahingehend auch schon wirklich alt, ich meine es gab auch schon vorher in dem Sinne Sprachassistenten wie Microsoft Sam, aber zwar eher ein Nachsprechen, diese Interaktion, das ist jetzt nämlich auch das Interessante und das Wichtige, diese Interaktion, das ist ja das Neue. Und vor allem, dass die die ganze Zeit an sind. Also ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand keine Kopfhörer auf hat und eine Sendung hört und ich sage, Alexa spielt Despacito, dann kann es passieren, wenn der so ein Smartgerät bei sich steht, dass jetzt schlechte Musik bei ihm läuft. Ja, oder dass seine Freundin ihn haut, wenn sie Alexa heißt. Ja, oder so. Da gab es ja alle möglichen Situationen. Ja, aber generell sind Sprachassistenten ja in den letzten Jahren echt inflationär aufgekommen. Also es gibt ja so gut wie kein Unternehmen, das keins mehr hat. Ich würde da auch mal eine grobe Übersicht geben wollen. Vielleicht auch die Bekannten nicht zu stark eingehen und dann lieber die Nischenprodukte noch mal genauer ansehen. Ja, würde ich auf jeden Fall machen, aber einfach erst mal am Beispiel der Bekannten auch was machen Sprachassistenten eigentlich. Das ist heutzutage ja wirklich eher das, was früher meine Sekretärin übernommen hat. Jetzt mal dieses klassische Ding von ich Chef, habe eine Sekretärin. Ach hier Chef, irgendwie ist Ihre Frau heute Geburtstag. Deswegen heißen ja auch alle wie Frauen. Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich bin ja ein bisschen vorgeschädigt in dem Zusammenhang, weil ich ja meine Dissertation zum Thema Sprachassistenten schreibe. Und da ist halt auch einer dieser Punkte, wie zum Beispiel, wie emanzipieren uns Sprachassistenten oder eben das genaue Gegenteil. Also mal Diktatur der Programmierer auf der einen Seite, nur Leute, die mit dem Zeug umgehen können, haben wirklich auch noch eine Ahnung. Die anderen sind davon abhängig und dann eben gleichzeitig aber auch zum Beispiel Genderbegrifflichkeiten und so weiter, weil ja auch wirklich die meisten Sprachassistenten, das geht dir so, das geht auch Leuten, die ich schon befragt hatte, so. Das sind ja Frauennamen, das sind vor allem auch Frauenstimmen. Da habe ich nachher auch noch eine kleine Statistik, um das mit zu untermauern. Da gab es auch mal schon, gab es auch wieder repräsentative Umfragen natürlich. Also selbst ich, der, ich gucke keine Fernsehwerbung, ich habe meistens Online-Adblocker an, habe die gewaltige Werbekampagne von Amazon mitbekommen zu Alexa, dass die in jeden Haushalt kommen sollte. Das vermute ich deswegen, ist auch Alexa der bekannteste Sprachdienst. Seit wann gibt es denen? Also Alexa gibt es jetzt auch schon seit einer Weile, ist aber, finde ich, speziell in Deutschland, vor allem so Weihnachten 2017 extrem verbreitet worden. Genau, da habe ich die ganzen Plakate gesehen. Da war ja diese krasse Werbekampagne von Amazon. Da wirklich die gesamte Stadt war ja zugepflastert mit solchen Alexa-Werbungen. Für die jedes Plakate. Also Halle zumindest, weiß ich nicht, wie sie bei anderen Städten gewesen ist, wenn der von woanders zuhört. Zwar extrem. Wobei wir da auch wieder unterscheiden müssen zwischen auf der einen Seite den Sprachassistenten und der Hardware. Ist schon dieses Gerät, was zu Hause steht. Alexa, Siri und Co., das ist ja Software. Das ist körperloser Programmcode. Und die Hardware, dieses Smart Speaker, also einfach Lautsprecher, die im Grunde einen WLAN-Anschluss haben, das ist an sich eigentlich gar nicht so eine clevere Angelegenheit. Das ist eigentlich ein sehr, sehr simples Produkt. Aber die haben halt Zugriff auf entsprechende Server, halt über WLAN oder sonst was für Verbindungen. Und dann kommt ja erst die Magie des Dialogs zustande. Und da mache ich mal kurz an Alexa von Amazon das Ganze mit fest. Das ist ja wirklich für viele so Synonym der Sprachassistenten schlechthin. Und Alexa ist ja ähnlich wie beim Smartphone damals auch, wo es Apps dafür gab, gibt es bei Alexa Skills. Also das, was Alexa schon kann, wird durch solche Skills eben noch erweitert. Also quasi Apps für die Sprachassistenten. Also Alexa kann noch nicht Spülmaschine anmachen, aber jetzt habe ich eine Smart-Spülmaschine, vielleicht binde Alexa damit und jetzt hat Alexa eine Skill, Spülmaschine anmachen. Genau, oder dass Alexa Kontakt mit meiner smarten Zahnbürste aufnimmt und sich dann erinnert, du musst dir noch Zähne putzen. Es gab eine smarte Zahnbürste, die schon mal vorgestellt wurde. Die hatte Bluetooth-Anschluss und was weiß ich nicht. Also für einen Spaß, da wird dann mit Lagesensor ermittelt, wie du dir die Zähne putzen. Also tolle Sachen, wenn man manchmal auch die Synaptigkeit hinterfragen kann. Ja, mein Mann ist zufrieden auch ohne Alexa. Und smart Zahnbürste. Aber wofür vor allem eben Sprachassistenten benutzt werden, sind ganz einfache Funktionen, wie Alexa macht das Licht an, Alexa spielt Musik ab, Alexa bestellt das und das. Das ist ja auch für Amazon sehr, sehr wichtig. Ist ja ein Versandhändler. Alexa genau auch wie das Fire Phone und so weiter. Das ist eigentlich nur eine Art von Fernbedienung. Wenn ich bei jemandem zu Hause bin, der Alexa aktiv hat und ich sage, Alexa, bestell zwei Tonnen Dosenmais, dann kommen bei dem sofort zwei Tonnen Dosenmais. Also werden sie sofort schon, okay, da kommt die Bestellung rein, bestätigt, abgeschickt. Unterschiedlich. Du kannst bei diesen Sprachständen ja auch verschiedene Codewörter festlegen. Also Alexa reagiert im Normalfall halt auf den Codewort Alexa. Der Assistant von Google, also Google Assistant, das Ding hat insofern keinen eigenen Namen. Man kann mir auch einen anderen Namen sagen, man kann sagen, reagiere jetzt bitte auf Bertram oder sowas. Bertram. Oder auf irgendein Codewort, also da sind wir wieder so ein bisschen bei Passwörtern. Oder verschimmelte Entengrütze, wenn du dich an die alten Ducktales erinnerst. Aber ich kann halt irgendwas festlegen. Also standmäßig sind es halt dann diese Bezeichnungen. Bei Google Assistant, hey Google und so weiter. Wie OK Google? OK Google oder Hey Google, ich habe schon weit nicht gehört. OK Google, Suchbilder von alten weißen Männern. Ja, OK Google ist normalerweise voreingestellt, das stimmt. Aber die haben halt diese voreingestellten Sachen und dann kannst du natürlich auch nochmal selbst Sachen einstellen. Und ich habe das bei Siri auch schon ein paar Mal erlebt. Das ist ja der Sprachassistent von Apple und meistens auch Apple-Exklusiv. Das ist wieder dieses klassische Konstrukt bei Apple. Gibt es zwar hier und da auch für andere Geräte inzwischen, aber Siri ist eigentlich Apple-Exklusiv größtenteils. Und da habe ich es auch schon gehabt, dass ich eine Sprachprobe abgeben kann, sodass Siri nur noch auf meine Stimme reagiert. Das wäre natürlich dann praktischer. Ja, über den Datenschutz müssen wir da jetzt, glaube ich, nicht reden an der Stelle. Das ist sowieso, wenn ein Gerät in deinem Haus steht, das permanent alles mithört. Und falls da, ich meine, das würde nicht erst aktiv, wenn das Codewort gesagt wird, wenn der Name erwähnt wird, sondern das muss ja permanent alles mithören, falls da das Codewort mit dabei ist. Ja. Dem muss man sich immer bewusst sein. Wenn so ein Smart-Gerät bei dir drinsteht, wenn so ein Sprachassistent aktiv ist, damit du einfach Alexa mal das Licht anschlagen kannst, der hört permanent alles mit. Das ist so ein regelmäßiger Vorwurf, der kommt. Da habe ich auch schon häufiger mal Diskussionen gehabt. Es wird aber immer gesagt, naja, okay, die müssten ja irgendwo mithören, damit es auf Code würde reagieren können. Klar, kann ich technisch verstehen. Und es wird auch immer gesagt, das speichern die ja nur bei sich im Arbeitsspeichern. Das ist irgendwie fünf Sekunden, fünf Minuten oder sowas maximum. Aber ganz ehrlich, wer will mir nach diesen ganzen Enthüllungen durch Edward Snowen und so weiter wirklich garantieren, dass da nicht auch anderes mitgemacht wird? Also wenn die Möglichkeit besteht, wird es auch irgendwann ja gemacht. Ich muss da immer an eine von zwei Sachen denken, die lustigen Sachen, die passieren, wie im Ein-Beispiel-Cultaholic-Podcast, als sie über die Wrestlerin Alexa Bliss reden und plötzlich irgendwo im Büro anfängt Musik zu spielen, weil der Alexa wie rausgehört hat, ey, die reden über mich, die wollen gerne Musik hören. Dabei ging es um ein ganz anderer Alexa. Oder die Legende, das Legende, Mythos, Mythologie vom Dämon Pazuzu. Wenn du den dreimal Namen erwähnst, dann taucht dabei der auf und tüttelt dich. Pazuzu. Pazuzu, der hört auch immer seinen Namen mit. Und wenn sein Name kommt, dann bemerkt er dich. Ja, aber ich glaube, da kommen eigentlich gerade schon zum Thema ab, mein Freund. Einfach, du musst, Leute, die auf ihren Namen reagieren und dann Dinge machen, die du eventuell gar nicht willst. Deswegen kannst du natürlich auch das Ganze ändern. Also diese Codewörter zum Beispiel ändern, dass es eben nicht so ein Allerwältsbegriff ist. Du kannst zum Beispiel auch verhindern, dass einfach irgendjemand da Sachen bestellt. Das hatte ich auch schon bei Bekannten. Die haben ein kleines Kind, das ist dann regelmäßig reingerannt, hat eben dem Sprachinstellenten irgendwelche Fragen gestellt oder hat auch mal versucht, Alexa, bestell mir ein Kilo Gummibärchen oder sowas. Also spätestens dann merkst du, okay, du solltest Sicherungen einbauen, damit nicht plötzlich doch mal alles mögliche Zeug, was du gar nicht bestellt hast, bei dir landet. Wenn ihr euch noch nicht bewusst seid, dass es solche Sicherungen gibt, die gibt es dann auch bei den meisten oder bei allen, guckt euch das an, wenn ihr es unbedingt nutzen wollt. Ich kann es ja verstehen, es fühlt sich unfassbar futuristisch an. Und jetzt, wenn wir es dann in Zwick schon einfach zu Hause auf dem Sofa sitzen und sagst, Computer, bring mir ein Bier oder so. Und dann kommt halt ein kleiner Roboter an, der dir ein Bier bringt, wird bestimmt auch ein paar Jahre da sein. Ja, es ist halt immer die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist oder nicht. Aber betreffend Sinnhaftigkeit, kurz zu den bekannten Sprachassistenten, da gab es auch mal eine Umfrage und da kam man einfach raus. Google Assistant, Alexa, Siri und Cortana. Das sind so die Bekannten, die man eigentlich auch im Schnitt kennt. Cortana ist von Microsoft bei Windows 10. Ich habe jetzt bei mir zu Hause Windows 10, weil auch die interne Suche von Windows in der internen Festplatte nur noch über Cortana läuft. Das Suchfeld gesucht, nicht gefunden, plötzlich ist das Cortana-Button. Aber Cortana kannst du auch deaktivieren, wie auch alle anderen Programme. Also die sind nicht zwangsweise aktiv. Also Google Assistant, Siri und Cortana sind ja auch häufig Software am Smartphone. Und das kannst du auch alles deaktivieren. Das geht in Einstellungen und Freigaben. Je nach Gerät, anders bezeichnet vielleicht ein bisschen, aber das könnt ihr auch deaktivieren. Ich habe ja auf dem Home-Desktop-PC fast nie ein Mikrofon an. Aber zum Beispiel eben im Gegensatz zu Alexa sind halt die anderen durchaus auch irgendwo anders verbreitet. Bei Alexa hast du so den Eindruck, ja, das wird halt so ein Smart-Speaker sein. Das gibt ja keine wirklich anderen Geräte, die das großartig verwenden. Aber nur mal kurz betreffend der Fähigkeiten. Als dümmster Sprachassistent gilt im Normalfall Siri. Die kann am wenigsten. Als fähigster Sprachassistent gilt der Google Assistant. Und Alexa, so wie Cortana, sind so irgendwo im Mittelfeld, was jetzt so die Eigenleistung angeht. Aber Alexa hat halt den großen Vorteil, dass Amazon halt ordentlich Werbung ausgegeben hat. Dadurch Alexa natürlich so in aller Munde ist. Haha, ich weiß, Witz. Und diese Skills natürlich jetzt vermehrt kommen. Also Skills, Flash-Briefings, das sind so Zusätze, die man sich da machen kann für Alexa, um halt eben da den Funktionsumfang zu erweitern. Und diese Möglichkeit, ich denke mal, die wird auch in den nächsten Jahren darüber entscheiden, welcher von diesen Sprachassistenten sich durchsetzt. Also das, was wir bei Betriebssystemen vor zehn Jahren hatten, für Smartphone, haben wir jetzt gerade, finde ich, sehr, sehr deutlich bei den Sprachassistenten. Denn dem, dem Bekannten gibt es auch noch Unbekannte. Okay, Google, was sind denn die unbekannten Sprachassistenten? Ali Genie von Alibaba, beides nie gehört. Ali Genie Voice. Ja, dann lass mich kurz erzählen. Also der Ali Genie von Alibaba, dem chinesischen Amazon. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Also quasi das chinesische Pendant zu Alexa. Also persönlicher Sprachassistent von Alibaba Group ins Leben gerufen und funktioniert halt mit verschiedenen Systemen. Integriert sich halt in alle Dienste Alibaba Group, wie den Online-Bezahlerdienst Alipay, die Shopping-Plattform Taobao und T-Mall. Das sind quasi die Amazons und Ebays in China. Also die sind dort scheiße bekannt. Okay, also nur unbekannt bei uns in Europa. Ja, weil es sich halt eben so wie keiner verwendet. Aber definitiv europäisch sind Bosch und Siemens. Ja. Und die haben den Präsenten Mikey, nehme ich an. Die haben mich Mikey ausgestellt. M-Y-K-I-E. Genau, wie der Name, aber ist ein Kurz für My Kitchen Elf. Okay. Sagt auch schon deutlich, wofür Mikey gedacht ist. Also für die Küchengeräte von Bosch und Siemens. Mikey startet die Flümmaschine. Guckt nach, ob im Kühlschrank noch genug Mutter ist. Genau, also Mikey wurde auch in Deutschland vorgestellt bei der IFA 2016. 2016, also auch schon ein bisschen her. Und da würde ich sagen, also wenn das Ding jemals irgendwo in Verwendung findet, dann halt wahrscheinlich wirklich nur im Küchenbereich für so eine spezialisierte Tätigkeit. Und ich denke, das wird eine krasse Nische bleiben. Oder je nachdem, wo deine Bosch und Siemens Geräte stehen. Bestimmt, einige waschen auch im Keller oder im Badezimmer. Aber ich denke, Mikey wird wahrscheinlich eine relative Nische bleiben. Nicht ganz unbekannt dürfte Magenta sein von Telekom. Wir haben einfach ihre Farbe genommen und als Namen benutzt, weil es ist ja auch ein Name. Also der Magenta-Assistent oder halt in der Ansprache Hallo Magenta. Das soll quasi das Alexa, das Siri, was auch immer der Telekom werden soll. Das ist noch nicht wirklich so verbreitet und soll am Anfang auch erstmal nur exklusive für Telekom-Kunden sein. Ja gut, das sind ja immer noch genug in Deutschland. Ja, es sind nicht wenige, aber es sagt halt auch einiges darüber aus, wie bei anderen Prozessen auch, also beim Cloud-Computing war es eh nicht, da wurde halt vieles erstmal exklusiv für Kunden gemacht, hat sich dadurch aber auch nicht großartig verbreiten können, weil es natürlich immer noch viele gibt, die sind keine Kunden oder wollen nicht oder wissen es einfach nicht. Und dadurch hat die Telekom halt schon in anderen Bereichen sich nicht so extrem etablieren können. Bei Magenta müssen wir mal schauen, wie es kommt. Ich meine, die Marktmacht in Deutschland zumindest hätte die Telekom prinzipiell und die sind ja auch durchaus im Übersee aktiv. Also T-Mobile, USA ist auch nicht gerade ein kleiner Anbieter. Also das könnte zumindest noch vielleicht eine Konkurrenz werden zu den anderen. Und der letzte wäre Alice oder Alisa von Yandex. Du wirst es wahrscheinlich schon an den kirillischen Buchstaben erkennen. Ja, das ist dann quasi das russische Aligenie. Nicht ganz, das ist eher das russische Google Assistant, weil Yandex das russische Google ist. Aber halt haben wir eben auch einen eingeführt. Aber es ist ganz interessant für Android, iOS und Windows Betriebssysteme. Also plattformübergreifend, nicht nur plattformexklusiv. Klingt jetzt an sich aber auch die ganzen, die wir so unbekannt vorgestellt haben, nicht so nischig, wie ich gedacht habe. Weil Telekom ist ein Riesenunternehmen. Amazon in China ist wahrscheinlich alleine so groß wie Amazon in Europa. Aber kenne ich nicht, nein. Aber gibt es wirklich so Independent Sprachassistenten oder Open Source Sprachassistenten? Ja, gibt es. Läuft halt natürlich immer so ein bisschen unter dem Radar. Das wäre in dem Fall der persönliche Assistent Mycroft. Benannt nach dem Bruder von Sherlock. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, ob oder ob nicht. Das kenne kein anderer in der Mycroft heißt. Wurde entwickelt von Ryan Seibs und Joshua Montgomery. Klingt auch so, als könnten Sie Sherlock Holmes gelesen haben. In Kansas City. Also US-Amerikaner, aber halt eben Open Source Entwicklung Linux basiert. Ja, bietet sich ja an. Das ist ja weitest der Open Source Basis, die es so gibt. Ja, und aktuell sind die übrigens beim Mark III, der über Kickstarter unter anderem finanziert wird und halt als eigene Produktlinie voraussichtlich 2019 auf den Markt kommen soll. Okay, und die soll dann als Software das können, was die ganzen Bekannten jetzt schon können? Ja, die Frage ist halt nur, wie sehr wird sich Mycroft dann verbreiten, weil einfach die Markt macht. Das ist ja das Problem. Linux ist bekannt, glaube ich, hier und da haben zumindest Leute schon mal gehört, aber wie viel nutzen es wirklich. Ich meine, die Profis nutzen es, das auf jeden Fall. Linux läuft auf extrem vielen Servern, auch ganz, also die Programmierer, die nutzen dieses Prätsystem gerne, aber die Masse draußen, ich hoffe, sie würden es akzeptieren und adaptieren für sich. Frage ist aber halt, kann sich Mycroft irgendwie unterscheiden von den Systemen, Systemen, die halt schon vorinstalliert sind bei meinem Android-Smartphone und sonst wo. Das ist ja immer so die Sache. Das, was da ist, das wird einfach genutzt. Sie, Internet Explorer bei Windows in den 1990er Jahren. Netscape, das sich übrigens später zu Firefox weiterentwickelt hat, aber Netscape... Ach, da ist der hin. Ja. Netscape, dieser Browser, der ist halt komplett untergegangen, aber auf dem Source-Code hat man dann Firefox mit aufgebaut. Aber Netscape war ja extrem populär in den 90ern. Dann hat Windows, also Microsoft mit seinem Windows-Geraktor, machen wir halt unseren eigenen Browser. Und der war halt schon vorinstalliert und alle Leute haben es dann genutzt. Und innerhalb von ein paar Jahren ging Netscape in die Bedeutungslosigkeit über. Wie konntest du eigentlich einen Browser installieren, ohne einen Browser zu haben? Weil du musstest ihn ja runterladen. Wie konntest du es runterladen, ohne einen Browser zu haben? Ei- und Huhn-Problem. Klär mal später beim Bio. Ich bin verwirrt. Einen wichtigen Aspekt, würden wir gerne vor der nächsten Pause noch besprechen. Warum sind es eigentlich immer Frauenstimmen? Also Siri, Cortana, Alexa. Okay, Google ist auch weiblich, oder? Ich habe es gar nicht im Ohr. Google hat standardmäßig eine Frau eingestellt. Die einzige Männerstimme, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das war Minecraft vielleicht gewesen, das würde zumindest Sinn machen für Namen. Klingt nach Mann, ja. Aber der Google Assistant hat eine weibliche Stimme, selbst Bixby, das ist auch noch ein Sprachstimme von Samsung. Bixby? Also ich denke da mal einen englischen Butler, muss ich sagen. Ja, klingt auch für mich eher männlich. Ja, aber es ist eine Frauenstimme standardmäßig. Hat aber auch damit zu tun, also ich habe da jetzt eine Statistik von socialmediastatistik.de. Im Alter von 16 bis 69 wurden Leute gefragt, welche Stimme sie gerne bei Sprachassistenten hätten. Auf jeden Fall weiblich 16 Prozent, eher weiblich 40 Prozent, sind weder noch 25 Prozent, eher männlich 14 Prozent, auf jeden Fall männlich 4 Prozent. Also wir sind bei nicht mal 20 Prozent, die Männer wollen. Und bei mehr als der Hälfte, fast 60 Prozent sogar. Eher weiblich, auf jeden Fall weibliche Stimme. Also die generell Frauen haben wollen. Okay. Wäre es natürlich die Frage. Ich frage mich bei weder noch, also ich finde es sehr schwierig, sich eine geschlechtsneutrale Stimme vorzustellen. Ich glaube, die haben einfach keine Präferenz. Ja, wahrscheinlich. Es ist ihnen egal. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, wo wir da wirklich überlegen können, liegt das jetzt daran, dass man schon diese Frauenstimmen kennt und es deswegen einfach als normal empfindet? Oder weil man wirklich Frauenstimmen haben möchte? Also die Navigationsgeräte haben ja auch schon eine Frauenstimme. Gab es davor schon irgendwas, wo dir jemand erzählt hat, was so um dich herum passiert? Computerstimmen? Also vielleicht finden viele Frauenstimmen als angenehmer, als weniger bedrohlich? Es gibt viele, viele Erklärungen. Also das ist jetzt sehr, sehr stark Psychologie. Ich habe da ja auch im Vorfeld meiner Dissertation ja alles mögliche Zeug gelesen. Und da, also nichts davon ist jetzt haltbar. Das ist jetzt wirklich eine Interpretation. Das sage ich dazu. Aber es gibt Erklärungen von, ja, weibliche Stimmen klingt weniger bedrohlich, wie du schon gesagt hast. Zu weibliche Stimmen sind wir einfach gewohnt, weil Mama, Lehrerin, was weiß ich nicht. So im Sinne von Leuten, die uns etwas sagen. Weil wir früher Sekretärinnen ja vor allem hatten, im Sinne von Assistant, kennen wir schon, oder schlicht und ergreifend, wer noch aufgewachsen war mit den Telefonen von früher. Stimmt, da waren auch mal Frauen, die dich verbunden haben. Genau. Die Damen von der Auskunft. Okay, also hat es festgesetzt. Also es könnte sein. Das ist einer von vielen Erklärungsansätzen. Das ist zum Beispiel auch so eine Frage, die ich bei mir in der Dissertation untersuchen möchte. Woher kommt das? Das ist dann so ein eher Beifangthema bei mir, aber fände ich es auch ganz interessant. Gibt es einen Grund, warum es Frauenstimmen sind? Wenn die mich gefragt hätten, wüsste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Weil, also ich müsste es mal eine Weile mit Männerstimme hören, um zu wissen, wie das so ist. Ich meine, Iron Man hat ja auch einen Mann als Sprachassistent. Jarvis. Ja, aber später dann, als dieser Film sich entwickelt hat, hat er sich ja auch eine weibliche Stimme, diese Friday, geholt, als der Jarvis ja dann zum Roboter wurde. Ah, stimmt. Ja. Aber da sind sie dann auch eben auf eine weibliche Stimme gewechselt. Hm. Und der Bordcomputer, der Enterprise, der niemals den Namen hatte, immer nur Computer genannt wurde, war ja immer eine Frauenstimme gewesen. Da ist jetzt die Frage, also das Warum ist nicht wirklich geklärt? Da sind wir nämlich aktuell wirklich noch in der Forschung. Also das mache ich zum Beispiel halt eben auch mit meiner Diss, das Zeug erforschen, weil wir schlicht noch keine Erklärung, Antworten haben. Also das ist jetzt in dem Fall wirklich cutting edge. Das ist aktuell auch Forschungsstand. Bei vielen Stellen, wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung. Tja, ich habe eben noch erwähnt, dass Frauenstimmen vielleicht weniger bedrohlich klingen könnten. Gibt es da die Gefahr, dass die Sprachassistenten uns übernehmen, die künstliche Intelligenz uns überrollt, die sich immer lieb und nett tut, immer bitte danke und so weiter sagt, aber vielleicht löst die irgendwann die Menschen ab und übernimmt die Herrschaft. Nicht ganz so krass, aber ähnliche Grundidee passiert bei Copelius, Bitten, Danken, Petitieren. Sind wir erledigt, nehmen Sprachassistenten unseren Platz ein. Copelius war das mit Bitten, Danken, Petitieren. Online-Geister, Thema der Sendung. Wir haben jetzt so viel über die Sprachassistenten gerichtet, viele gibt es davon eigentlich. Ist das eine ernstzunehmende Bedrohung für die Menschheit? Kannst du jetzt so krass vielleicht nichts sagen, zumal es ja so viele Sprachassistenten selbst ja gar nicht gibt. Es ist ja eher dann, wie viele Leute nutzen es und wie viele von den Dingern als Endgeräte gibt es eigentlich. Ich habe da mal eine Studie rausgesucht, in dem Fall bei Statista veröffentlicht. Anzahl der Nutzer virtueller digitaler Assistenten, da sind wir jetzt gerade beim Jahr 2008 bei knapp der Milliarde, die wir beschritten haben. 2017 waren wir bei 700 paar zerquetschten Millionen gewesen, sind jetzt aktuell bei etwas über einer Milliarde, also man schätzt 1,37 Milliarden und das soll sich bis 2021 auf 1,8 Milliarden erweitern. Das ist mehr als Leute in China wohnen. Definitiv mehr als Leute in China wohnen und auch, je nachdem wie du es halt rechnest, werden wir bei 4 bis 5 Milliarden Internetnutzern sein, also auch schon ein guter Teil der Internetbevölkerung, die dann eben solche Assistenten nutzen werden. Ich bin da auch selbst der Meinung, diese Assistenten, wir haben jetzt einiges an Negativen auch gesagt, aber ich bin der Meinung, die können auch sehr, sehr nützlich sein für bestimmte Bevölkerungsschichten. Auf jeden Fall, es war ja nicht umsonst schon vor Jahrzehnten eine Zukunftsvision, weil so für viele Leute der Alltag einfach einfacher wird, also bei Blinden zum Beispiel, wenn die nicht mehr irgendwelche Texte eintippen müssen, sondern einfach reden, was sie ja normalerweise dann auch so tun ist in Kommunikation, dann ist ihnen schon mal sehr viel geholfen. Ich hatte mal eine funktionalblinde Teilnehmerin bei mir im Kurs, die auch... Was heißt funktionalblinde? Sie kann auch ein bisschen hell-dunkel wahrnehmen oder so war es dann. Ah, okay. Und das hat sich halt auch im Laufe der Jahre alles verschlechtert und wird auch nur noch schlechter werden. Und da hat sie mir halt auch erzählt, dass die Erfindung des Smartphones so mehr oder weniger das beschissenste war, was in ihrem Leben passiert ist, weil ja eben Touchscreen... Ja, ihr könnt immer die Tasten fühlen. Ja, du musst ja sehen, was du tippst auf den Dingern. Du hast natürlich Assistenten, die da helfen können, aber da gibt es... Also blinde Leute sind keine große Lobby, dass sie jetzt Unternehmen da sagen, wir machen da extra Software. Die hatten auch gesagt, es gibt, was solche Reader-Programme angeht, die halt ihre Websites und sowas vorlesen, gibt es ein paar auf der Welt. Also das ist ein... Es ist ein sehr, sehr kleiner Einschmack einfach. Ich habe das einmal gehört, das klang auch irgendwie nicht sehr angeht. Es war wirklich dieses typische Roboter-Voice. Ja, das sowieso nochmal. Und jetzt mit den Sparassistenten, die können aber schon Sachen vorlesen. Ich weiß nicht, irgendwie Alexa liest mir Inhalt von Wikipedia-Artikel... Tun sie ja bereits. ...Robert Hoffmann vor. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Google Assistenten frage, aber wenn ich in Google Assistenten zum Beispiel frage, da ist ja direkt mit der Google-Suche verknüpft, da kann ich direkt fragen, hier, Google, wie viel ist eins plus eins? Dann antwortet er mir oder Google, definiere den und den Begriff. Das können die ja bereits. Und da hat es auch gemeint, das ist auf jeden Fall, ist immer emanzipatorisch, dass sie halt wieder teilhaben kann an ihrem Leben, an der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Es sinkt auch die Schwelle der Schwierigkeit. Es gibt ja verschiedene Kurse, wo alten Leuten angeboten wird, wie man so ein Smartphone benutzt, dass sie lernen, was Apps sind, wie Touchscreen funktionieren. Habe ich gerade nächsten Montag wieder. Die Schwelle wird sinken, wenn es die Sprachassistenten gibt und die sich nicht groß Gedanken machen müssen, wo drücke ich jetzt hier drauf, was passiert ist, sondern einfach sagen, was sie wollen und dass die Sprachassistenten auch hoffentlich dann verstehen. Ja, solche Personengruppen, genauso auch zum Beispiel körperlich Behinderte, die gar nicht mehr irgendwas tippen können, die vielleicht querschnittsgelähmt sind, die wirklich ja nur noch sprachlich interagieren können vielleicht oder auch Menschen mit Leserechtschreibschwäche. Das sind ja auch solche Personengruppen, die von solchen Assistenten profitieren. können, um halt normal Teil der Gesellschaft wieder zu sein oder wieder zu werden. Ob das jetzt so passiert, müssen wir schauen. Das kann nur die Wissenschaft zeigen, das kann nur die Zukunft zeigen, ob es dazu kommt oder nicht. Aber wir haben jetzt schon einiges darüber gesprochen, was wir ja vor allem darüber denken. Aber vielleicht da nochmal kurz vorausgesetzt. Was denkt die Allgemeinheit? Ja, da gibt es ja zu allem Statistiken, Studien und Umfragen. Auf jeden Fall. Ist das mal von Statista wieder? Genau, aber basierend auf, ich müsste nochmal kurz fragen, nee, nee, das ist in dem Fall sogar wirklich eine Statista eigene Umfrage. Ja genau, Statista Umfrage sogar. Quellen packen wir euch natürlich alle in den Schaunhaus bereit. Welchen Nutzen sehen Sie bei der zunehmenden Verbreitung von Sprachassistenten und fast die Hälfte, 49 Prozent sagen Erleichterung im Alter. Weniger Wartezeiten in Hotlines, weniger Zeit vor dem Bildschirm, bessere Beratung beim Kauf von Waren und Dienstleistungen. Aber auch 22,4 Prozent sagen nichts davon. Ja, aber das ist so ein Klassiker von, wozu brauche ich diese pferdelosen Kutschen? Ich habe doch Pferde. Oder eben Leute, die einfach noch keinen Nutzen sehen können oder wollen. Weil ich habe, als wir angefangen haben, das Thema zu reden, zu recherchieren, als ich den Skript überflogen habe, habe ich gar nicht gedacht an Menschen mit Behinderung, die davon am meisten profitieren. Ja, freut mich, dass ich da auch die Horizont erweitern konnte. Also wenn man drüber nachdenkt, da kommt man dann irgendwann drauf. Aber ich habe gesagt, okay, Leute, die zu faul sind aufzustehen, reden halt mit Alexa. Naja, was hier ja deutlich auch rausklingt, Erleichterung im Alltag. So, ich bin zu faul aufzustehen, Alexa, spiel mir Musik, Alexa, schalte den Sendung. Die meisten Erfindungen kommen noch von faulen Leuten. Und ich meine, Leute, ich hätte niemals das Auto erfunden. Oder übrigens die Pferdekutsche, wenn Laufen okay gewesen wäre. Ich habe keine Lust zu laufen. Ich nehme dieses Tier, das kann laufen und ich setze mich hinten drauf. Aber würdest du da jetzt mitgehen bei der Ansicht? Erleichterung im Alltag, weniger Wartezeiten, Hotlines, finde ich auch interessant. Ich bin nicht in der Lage, also ich finde nicht, dass ich das aktuell brauche. Aber wenn nicht, wenn was passieren sollte, ich kriege einen Unfall, werde blind oder kann nicht mehr laufen oder weiß nicht, ich habe einfach keine Lust für mich zu bewegen aus irgendeinem Grund. Dann ja, hilft es auf jeden Fall. Ich finde übrigens noch interessant, weniger Wartezeiten, Hotlines. Das hatte ich ähnlich auch schon mal bei einer Stichprobenumfrage gehabt im Zug meiner DISS. Da hatte ich auch ein paar Leute gefragt, wie sie halt eben zu dem Thema stehen, wie sie halt mit solchen Sprachassistenten interagieren, wenn überhaupt. Dann haben viele halt auch gesagt, ja, ich spreche besonders langsam wie mit einem kleinen Kind. Ich hatte auch einen, der meinte, ich sage irgendwas, ich zähle Pizzasorten auf, bis ich mit einem Menschen endlich verbunden werde. Also das finde ich interessant, dass viele das halt mit solchen Assistenten, mit solchen Hotlines, mit solchen Telefonen stimmen. Wobei da natürlich die Angst kommen kann, dass man irgendwann gar nicht mehr mit Menschen redet und bei einer Software gelandet ist, die dein spezielles Problem nicht mehr versteht, was auch die größte Gefahr, also die größte Angst ist von Leuten. In der anderen Umfrage, welche Gefahren sehen sie bei der zunehmenden Verbreitung von Sprachassistenten? Da sagen nämlich 58,6 Prozent, es wird immer schwieriger, einen menschlichen Ansprechpartner zu erreichen. Oder der Alltag wird immer unpersönlicher, das waren 58,4 Prozent. Es kommt zu vielen Missverständnissen, auch noch über die Hälfte, 55,3. Und dann, es wird immer mehr Werbung geben, das finde ich interessant. Es gibt ja jetzt schon viel Werbung. Aber auf einmal dieses Unpersönliche, Unmenschliche und es kommt zu Missverständnissen, ja klar, es sind ja nur Maschinen, die wären zwar besser, aber es sind am Ende Maschinen, die einfach so eine ganze Reihe von Filmen gibt, die diese Dystopie oder Utopie der Künstlichen Intelligenz überfassen. Ab welchem Punkt können wir es als Mensch, als Persönlichkeit wahrnehmen und bis zu welchem Punkt ist es noch nur eine Maschine, in die Programm runterrattert? Da kannst du dir auch schon Literatur durchlesen, Isaac Asimovs Robotergeschichten, der hat in den 50er, 60er Jahren schon damit gearbeitet. Ich nehme an, nur weil die Filme jetzt bekannter sind und diese Programme, diese virtuellen Sprachassistenten stecken ja alle in Maschinen drin und bei gerade elektrischen Geräten kann es öfter mal sein, dass die den Geist aufgeben und da wollen wir mal hoffen, dass eure virtuelle Freundin nicht irgendwann explodiert, wie es hier die Ärzte beschreiben. Meine Ex-plodierte Freundin von der Band Die Ärzte bei Online-Geister und damit sind wir am Ende angekommen. Online-Geister Feedback Wie immer alles zum Thema Sprachassistenten, Smart Voices und so weiter. Alle Quellen, alle Links, die wir heute erwähnt haben, Statistiken in den Shownotes unter www.onlinegeister.com-folge 027-folge Nummer 27. Das sind auch wieder einige und deswegen würde ich sagen, halten wir es kurz, wenn ihr was nachlesen möchtet, einfach online-geister.com-folge 027, da gibt es alle Quellen nochmal in Ruhe und ansonsten danken wir euch schon mal, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt, wie immer, wir schätzen das extrem. Wunderbar, sagt uns unsere Meinung, ruf bei Radekorax an, wie toll wir sind. Sagt uns eure Meinung. Sagt uns bitte unsere Meinung. Sagt uns eure Meinung. Ach, wir haben wieder ein Outtick. Sagt uns eure Meinung über die entsprechenden Kanäle auf Twitter. At Christian Allner, at Real Dresen, ruft Radekorax an und sagt, wie soll eure Sendung finden, kommt persönlich hier bei uns vorbei und vielleicht seid ihr dann bei der nächsten Aufnahme live mit dabei, wahrscheinlich eher weniger. Na, das war es auf jeden Fall für heute. Tristan hat mich gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann geht es um WordPress. Das war Online-Geister, Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com intrinsaschen. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Mal. Tschüss. 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 Verseignumes. Tschüss. pity on sich.